Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Heute sprechen wir über Paul Felder vs. Havel Doss Anjos, neue Infos zu McGregor vs. Paul Rear, über Khabib, seinen Rücktritt oder doch keinen Rücktritt, über UFC 2550, über KSW und viel mehr. Deshalb dranbleiben, ich wünsche euch viel Spaß und deshalb würde ich auch direkt beginnen mit der vergangenen UFC Fight Night. Heute Nacht lief Paul Felder vs. Havel Doss Anjos, ja Paul Felder und nicht Islam Makhachev vs. Doss Anjos, weil sich Makhachev verletzt hat und nun kam es zu diesem Fight. Paul Felder ist mit 5 Tagen auf 5 Tage Shot Notice eingesprungen, was wirklich beeindruckende Zeit ist, zumal Paul Felder gar nicht im Trainingscamp war. Er sagte selber, er war viel hiken, er hat sich bereit gehalten bzw. er hat sich fit gehalten, besser gesagt. Er hat sich sehr, sehr gut gefühlt und er hat im Endeffekt eh nichts zu verlieren, weil er das Kämpfen liebt und so ist er eingesprungen. Sah im Stand auch sehr gut aus gegen RDA, muss man sagen. Also Paul Felder hat sich schon gut gezeigt, im Endeffekt war es eine Split-Decision. Ich denke, die Takedowns haben es gemacht. Ich denke, Doss Anjos hat diesen Kampf auch verdient gewonnen. Schön für RDA, der sich wieder einen Sieg im Lightweight eingefahren hat, nachdem er seine Probleme im Weltergewicht hatte. Wir kennen ja die Thematik, RDA ist einfach ein bisschen kleiner. Er ist ja zu schwer für das Lightweight gewesen eine lange Zeit. Der Weightcut war zu hart, er war aber auch für das Welterweight zu klein. Und damit war er selber im Zwiespalt, hatte dann den Welterweight eben verloren, hat aber auch gegen wirkliche Killer gekämpft, wie Kamaru Usman, Colby Covington, Leon Edwards und Michael Chiesa. Und ja, jetzt ist er wieder im Lightweight. Mal gucken, wie es weitergeht. Er will den McGregor-Fight, ich denke aber, das will die UFC nicht. Dana White hatte damals schon bei Diego Sanchez einen Witz gebracht. McGregor sagte ja an Dana White, er will gegen Diego Sanchez kämpfen. Da sagte die UFC-Boss Dana White, wenn er das machen würde, würde er seine Promoter-Lizenz verlieren. Ich will jetzt auch nicht RDA mit Diego Sanchez vergleichen. Rafael dos Anjos ist ein ehemaliger Champion im Lightweight. Dürfen wir nicht vergessen. RDA ist eine Legende im MMA-Sport. Nichtsdestotrotz muss man schauen, wie es weitergeht. Vielleicht wirklich ein allerletztes Mal im Lightweight. Warum nicht? Ich meine, bei Glover Teixeira dachten viele, der ist schon zu alt. Bei Alistair Overeem dachten sich viele, bei dem ist es auch schon rum. Und Overeem hat gewonnen. Teixeira gewinnt. Ey, wieso sollte RDA nicht auch nochmal ein letztes Mal Richtung Gold greifen? Dann sprechen wir ebenfalls noch ein wenig über Conor McGregor vs. Dustin Poirier. Denn UFC-Boss Dana White bestätigt einmal mehr, dass dieser Kampf stattfinden wird. Es gab ja ein Hin und Her. MMA-Fighting berichtet. Der Kampf ist offiziell. Helwani von ESPN kommt und sagt, Moment mal, Conor McGregor hat doch noch gar nichts unterschrieben. Und Dana White sagt auch, hört mal zu, McGregor hat noch gar nichts unterschrieben. Wir peilen den 23. Januar an. Jetzt sagt aber Dana White, ja, Conor hat zwar nicht unterschrieben, aber er rechnet fest damit, dass er kämpfen wird. Er macht sich da gar keine Gedanken. Conor McGregor vs. Dustin Poirier 2 kommt. Das heißt, wir dürfen uns freuen. UFC 257 am 23. Januar. Conor McGregor vs. Dustin Poirier 2. Das ist Rematch nach so vielen Jahren. Und gleichzeitig denke ich auch der Kampf um den Number 1 Titel-Contender-Spot. Dann gibt es ebenfalls Infos oder besser gesagt, ja, doch, eigentlich Infos zu Khabibs Rücktritt oder doch kein Rücktritt. Wir wissen ja, Khabib ist noch der Champion in der UFC im Lightweight. Khabib ist auch immer noch die Nummer 1, Pound for Pound. Und UFC-Boss Dana White sagte oftmals, dass er Khabib den Gürtel lässt, weil er fest damit rechnet, dass Khabib nochmal kämpfen wird. Er hat ein paar Mal mit Khabib drüber geredet. Der Rücktritt war sehr emotional. Khabib war sehr emotional und die Gefühle sind da einfach hochgekommen, als er dann im Oktagon war. Dana White sagt, dass Khabib vermutlich die 30 zu 0 voll machen möchte. Khabib selber postete gestern noch ein Foto bei Instagram, wie er von der USADA getestet wurde. Ich meine, das 47. Mal, dass er jetzt getestet worden ist in seiner Profikarriere. Von der USADA alleine, was wirklich sehr viel ist. Und das heißt für mich auch, okay, Khabib ist noch in diesem Testing Pool der USADA. Bedeutet, Khabib liebäugelt zumindest damit, doch nochmal ein 30. Mal zu kämpfen. Henry Cejudo ist sehr schnell nach seinem Rücktritt raus. Georges St-Pierre hatte damals extra eine Pressekonferenz gegeben bei seinem Rücktritt. Also, wohlgemerkt, nach diesem Bisping-Fight, nicht davor. Das heißt, GSP sagte, bei einer Pressekonferenz 2018, glaube ich, war das, dass er aufhören wird und ist dann auch aus diesem Testing Pool der USADA raus. Und ist da auch nicht mehr drin. GSP wird nicht mehr getestet. Und Khabib, ja, der ist auf jeden Fall noch drin. Das heißt, wir dürfen uns zumindest mal freuen, dass Khabib auf jeden Fall noch nicht ganz damit abgeschlossen hat, sondern vermutlich sich noch überlegt, ob er die 30 voll machen möchte oder nicht. Oder es zumindest versuchen möchte, die 30 voll zu machen. Das heißt, ja, Khabib ist in diesem Doping Pool der USADA, wird weiterhin getestet. Und falls er rausgehen sollte, das wissen ja viele nicht, falls er rausgehen sollte, kann er natürlich wieder rein, das ist kein Problem, muss aber sechs Monate lang getestet werden, bevor er wieder kämpfen darf. Bedeutet, wir haben zum Beispiel einen Anthony Rumble Johnson, der zurückkommen möchte im Heavyweight oder Light Heavyweight. Er muss jetzt auch sechs Monate lang getestet werden, dann darf er erst wieder in der UFC kämpfen, sollte Khabib rausgehen. Oder eben auch ein GSP oder ein Cejudo, wer auch immer, egal wer in diesem Testing Pool nicht mehr drin ist, kann wieder rein, wird sechs Monate getestet und ist dann wieder ready to fight. Dann haben wir nächste Woche UFC 255. Im Main Event haben wir Davison Figueiredo vs. Alex Perez. Und ja, das Problem ist, dass Main und Co-Main, in meinen Augen steht da das Ergebnis schon fest. Valentina Schrevchenko vs. Jennifer Meyer, das wird ein äußerst einseitiges Ding, glaube ich. Niemand besiegt Valentina Schrevchenko in ihrer eigenen Gewichtsklasse. Das wird keiner schaffen und ich bin so zuversichtlich, dass wir irgendwann sogar Schrevchenko vs. Nunes 3 sehen, vor allem weil der zweite Kampf nicht unbedingt eine Robbery war, aber auf jeden Fall sehr, sehr knapp war. Das heißt, in Bullet Valentinas Gewichtsklasse, da wird sie keiner besiegen. Davison Figueiredo hat zweimal den Number One Contender, Joseph Benavides, brutal weggehauen. Ich meine, auf dem YouTube-Channel der UFC gibt es den Free Fight zwischen Joseph Benavides und Davison Figueiredo. Wer ihn noch nicht gesehen hat, schaut ihn euch an. Was Davison Figueiredo mit dem Number One Contender gemacht hat, war der absolute Wahnsinn. Und das nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass Figueiredo so schnell besiegt wird. Es sei denn, vielleicht kommt der Mighty Mouse zurück, aber Demetrius Johnson ist, glaube ich, ganz zufrieden, da wo er gerade ist. Dann haben wir aber ebenfalls Kyle Dawkins vs. Dustin Stolzfuß. Dustin Stolzfuß werden einige kennen. Er ist der Champion im Mittelgewicht bei Wheel of MMA. Er kam über Dana White's Tuesday Night Contender Series in die UFC rein, beeindruckte dort den UFC-Boss mit einem Takedown, mit einem Art Slam, wodurch er dann den Arm seines Gegners quasi gebrochen hat. Es sah wirklich nicht gut aus. Man muss halt diese Verletzung auch sehen können, sage ich mal. Es gibt ja viele, die können sowas nicht sehen, wie zum Beispiel Anderson Silva gegen Chris Whiteman. Das heißt, falls ihr euch sowas anschauen könnt, dann schaut euch auf jeden Fall Dustin Stolzfuß seinen Sieg an bei der Contender Series. Dadurch hat er sich diesen UFC-Vertrag verdient und jetzt gibt Dustin Stolzfuß eben sein Debüt in der UFC. Und ich denke, darauf können sich deutsche MMA-Fans eigentlich nur freuen. Und ich denke, wir sind uns alle einig, wenn wir sagen, dass wir ihm da ganz, ganz fest die Daumen drücken werden. Dann hatten wir ebenfalls KSW gestern. Wir hatten nicht nur die UFC, wir hatten ebenfalls KSW. Wir hatten Materla vs. Roberto Soldic. Ich denke, viele von euch werden Roberto Soldic kennen. Und das war auch ein einseitiges Ding. Also, wenn ich darüber rede, wie Davidson Figueredo einen Josef Benavides auf gut Deutsch gesmoked hat, dann schaut euch auf jeden Fall Soldic vs. Materla an. Denn Soldic hat seinen Gegner quasi überrollt, überrannt. Absolut dominante Performance, absolut gut gewonnen. Roberto Soldic ist bei KSW wirklich gut aufgehoben. Er liefert dort jedes Mal ab. Zeigt tolle Performance. Wahnsinn. Also, ich denke, auch wir deutsche Fans, wir freuen uns immer drauf, wenn er kämpft. Vor allem, weil er natürlich auch eine großartige Physis hat. Er sieht gut aus, hat viel, viel Power, viel Technik. Super Fighter. Tolle Kämpfe. Wir hatten ebenfalls bei KSW Daniel Torres vs. Max Koga. Max Koga werden sicherlich einige von euch kennen. Leider, leider hat aber Max Koga durch Split-Decision verloren. Es war ein sehr, sehr knapper Kampf. Es war ein knapper Kampf. In der ersten Runde hatte Max Koga auch die Octagon Control. In der ersten Runde hatte er auch die Takedowns gesucht und so weiter. Im Endeffekt war es eine knappe Split-Decision. Man kann sich über Split-Decisions immer streiten. Was man immer machen kann bei Split-Decisions ist, man kann sich immer ärgern. Natürlich hätte ich gerne gesehen, dass Max Koga gewinnt. Ich bin jemand, das ist wie beim Fußball quasi. Spielt ein deutsches Team in der Champions League, dann supportet man das. Und kämpfen deutsche Kämpfer im Ausland, dann supportet man die natürlich auch. Es war, wie gesagt, ein knapper Fight, aber nichtsdestotrotz denke ich, wird es weitergehen mit Max Koga. Auch bei KSW war eine tolle Performance. Er hat sich ja gut gezeigt. Und Split-Decision heißt nun mal, es war richtig knapp. Split-Decision heißt ja, das wissen die meisten, ein Judge hat, also mindestens ein Judge hat Max Koga diesen Kampf gegeben. Ja, und dann war es das auch schon mit dieser aktuellen Episode. Wer von euch freut sich eigentlich auf UFC 255? Habt ihr da ein Pay-Per-View-Feeling oder fühlt sich das doch eher ein bisschen wie eine, nennen wir es mal, gut besetzte Fight Night an? Ich meine, Figueredo vs. Benavides waren auch Fight Nights. Valentina Schäfchenko hat ihren Gürtel damals auch bei einer Fight Night gewonnen. Meint ihr, das ist Pay-Per-View-Feeling oder ist das Flyweight da in euren Augen doch eher Fight Night-Feeling? Lasst auf jeden Fall ein Like da. Lasst auf jeden Fall, falls ihr den Podcast bei Spotify hört, ein Abo da bei Spotify oder ein Abo bei iTunes. Über eine Bewertung bei iTunes würden wir uns sehr, sehr freuen. Wir freuen uns auch auf eure Kommentare, falls ihr euch das bei YouTube anhört. Und dann war es das schon mit dieser aktuellen Episode. Ich wünsche euch viel Spaß beim nächsten Wochenende und wenn wir uns nächste Woche wieder hören werden, wenn es darum geht, warum Davison Figueredo so dominant gewonnen hat. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich bin gespannt auf eure Prognosen. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.